Hi und herzlich willkommen zu einer Aufgabe zum Thema Parabeln, die so in der zentralen Prüfung 2019 in Mathe gestellt wurde. Ganz, ganz wichtiges Thema, es kommt auf jeden Fall in der ZAP irgendwie dran. Wenn es euch noch schwer fällt, ich habe euch in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr meine Lernzusammenfassung zum Thema Parabeln findet und da steht alles Wichtige drin, was ihr zu dem Thema wissen müsst. Und wenn ihr es drauf habt, dann kriegt ihr diese Aufgabe innerhalb von, sagen wir mal, einer Minute vielleicht hin. Es geht nämlich darum, dass ich mir jetzt hier mit einer Geometrie-Software den Graphen von einer quadratischen Funktion, also einer Parabel, wie ihr hier erkennen könnt, zeichnen lassen habe und diese Parabel hat die Vorschrift f von x gleich x² plus c. Und da seht ihr schon, x² ist ja die ganz normale Normalparabel. Die würde hier durch den Ursprung gehen, wenn man einen Schritt zur Seite geht, geht die einen jeweils hoch, wenn man zwei Schritte zur Seite geht, geht die vier hoch und so weiter. Also das wäre die ganz normale Normalparabel x². Und die habe ich jetzt aber mit diesem plus c nach oben bzw. nach unten verschoben. Dieses plus c ist nämlich, wenn es da hinten dran kommt, die Verschiebung entlang der y-Achse und die Normalparabel hat quasi ein plus 0. Da gibt es keine Verschiebung, die geht durch 0, durch den Ursprung durch. Ja und das Problem an der Aufgabe ist jetzt, dass wir das plus c nicht kennen. Und so ist das immer. Das ist immer so ein Screenshot aus GeoGebra, also aus so einer Geometrie-Software und ihr müsst immer irgendeine Verschiebung erkennen, irgendwas Unbekanntes. Und das heißt, ihr sollt jetzt sagen, weil man das hier an diesem GeoGebra-Schieberegler nicht sehen kann, ihr sollt sagen, was jetzt dieser Wert für c von der Grafik, von der Parabel in der Abbildung ist. Und da müsst ihr wirklich einfach nur wissen, dass plus c ist die Verschiebung entlang der y-Achse. Das heißt, wenn jetzt hier meine Normalparabel, die immer durch den Ursprung, durch den Punkt 0, 0 gehen würde, wenn die jetzt plus drei Einheiten nach oben verschoben wurde, damit sie hier landet, wo die abgebildete Parabel eben ist, naja, dann ist das c3. Und ihr müsst den Wert für c einfach nur angeben. Das heißt, hier kriegt man die volle Punkte, wenn man einfach hinschreibt c gleich 3 und fertig. Bei der Aufgabe b ist ein bisschen schwieriger. Da wird jetzt gefragt, für welche Werte von c der Funktionsgraf oberhalb von der x-Achse verläuft. Und wir sollen den Bereich von c angeben. Aber da kann man sich eigentlich ganz gut überlegen, wenn man dieses x-Quadrat hier nimmt, dann verläuft das natürlich nicht vollständig oberhalb der x-Achse, weil die x-Achse ist das hier. Und wenn man den Punkt 0, 0 beinhaltet, berührt man die x-Achse und ist eben drauf und nicht vollständig oberhalb. Das heißt, wir müssten diese Normalparabel schon zumindest ein mini, mini, mini kleines bisschen anheben, damit die eben nicht auf der x-Achse drauf liegt, sondern wie die gewünscht vollständig oberhalb von der x-Achse verläuft. Also was ganz ganz kleines würde reichen. Ich kann sagen x-Quadrat plus 0,001 oder so. Dann würde die schon klitzekleines bisschen hochgeschoben werden. Das reicht. Aber deswegen schreiben wir einfach ganz allgemein hin, c muss auf jeden Fall größer als 0 sein. Und das reicht schon. Ihr könntet auch sagen, c größer als 0, so oder so, gibt es für die Aufgabe die volle Punktzahl. Wenn euch das jetzt schwer gefallen ist, ist das wirklich nicht gut, weil ihr müsst euch auskennen mit Parabeln. Und diesen ganzen Aufbau von der Funktionsvorschrift mit diesem plus c und so, das erkläre ich in diesem Video. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht drauf habt. Und wenn ihr sagt, ach, das ist ja alles easy, ich habe eher Probleme damit, wenn so ein Brückenbogen irgendwie durch eine Parabel dargestellt werden soll, dann schaut mal da oben drüber rein. Sowas kommt auch immer sehr, sehr gerne dran. Bei Fragen meldet euch jederzeit in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann und dann packen wir das schon mit der ZAP. Ciao, macht's gut!